Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Farmerama Crew. Heute zum Event-Fazit von Piñata Party, dem Geburtstagsevent von Farmerama. Nochmal herzlichen Glückwunsch zum 8. Geburtstag von Farmerama. Ja, wir sehen hier gleich mal den Eventplatz. Aber zuallererst schauen wir uns mal die Eventpflanzen an. Das ist nämlich einmal die Balou-Blüte, der Lolli, die Papierrüsin und die Piñatoni. Also insgesamt gab es vier Eventpflanzen. Eine Menge an Eventpflanzen waren das. Ja, das ist schon ordentlich gewesen. Es gab kein Mühlenprodukt, es gab kein Handwerksprodukt, ähm, kein, ja, Drohbeite meine ich. Ja, was war denn unsere Aufgabe denn überhaupt? Ja, man hat diese Aufgaben hier erfüllen müssen. Hier sehen wir, hat man immer eine Nebenbelohnung bekommen. Man hat immer abwechselnd normale Pflanzen abgeben müssen. Hier sehen wir zum Beispiel Blaubeeren, Brombeeren, Pfefferminz und dann Eventpflanzen. Und dann wieder Blaubeeren, Brombeeren. Immer so abwechselnd. Ja, und dann hat man die auf Level 1, hatte man die am Anfang, kann man die je höher machen, desto, ja, hier zum Beispiel hat man vier auf Level 1 haben müssen. Dann hat man dieses Item bekommen, dann alle auf Level 3 hat man das Item bekommen, dann auf Level 5 das. Dann hier ein Haustier, Piñata Ai, das schauen wir uns auch gleich mal an. Und dann noch die Wunderranke. Und dann musste man hier auch noch zwei Aufgaben erledigen, dass man noch die restlichen zwei items bekommen hat. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, die Abgabemengen von den Eventpflanzen, die waren ganz gut. Die gingen in Ordnung, aber die Eventpflanzen hier, das ist ja Wahnsinn. Schauen Sie euch das mal an. Hier muss man ordentlich viel voll sauber. Also ich habe ungefähr, ja, 10 Millionen investiert, wenn es reicht, um die Wunderranke zu bekommen. Schauen wir uns erstmal das Haustier an. Das ist nämlich das Piñata-Bau. Das ist seit heute fertig, dauert alle 75 Stunden und es bringt eine Box, kann ein Party-Ticket drin sein oder zwei Freidrehs. Auf jeden Fall richtig geil. Und dann schauen wir uns noch die Wolkenreihe an. Das ist nämlich diese hier. Das ist das Heftige. Die bringt 115.200 EP und 384.000 Gruppen EP. Es ist zwar nur alle 72 Stunden fertig, aber es bringt noch einen EP-Bonus von 80%. Das ist so heftig. Deswegen waren wir die 10 Millionen eigentlich schon wert. Natürlich, sie scheuen jetzt nicht mehr so voll. Ja, das ärgert mich immer noch, dass es halt so teuer war. Aber was wirst du machen? Dann schauen wir uns mal den Tempel der Piñata ist das erste Item. Dann Piñata-Post, Piñata-Werfen, Piñata-Übeltäter und dann die blinde Piñata. Ist auf jeden Fall mega, mega geil aufgebaut gewesen. Dieses Event war eigentlich ganz cool. Ja, das ist dann auch cool, wenn du das bestückt hast mit den Geschenken hier unten, mit der Bienet, mit der Hummel. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir schon zum Fazit, zur Bewertung von diesem Event. Den Event-Aufbau gebe ich 7 Punkte. Es war ganz okay aufgebaut. Es aber hat mich nicht so wirklich vom Hocker gerissen. 7 Punkte. Dann Event-Design wie immer 10 Punkte. Event-Pflanzen 10 Punkte. Auch wenn es wie Event-Pflanzen waren, aber das Design von den Event-Pflanzen, das war einfach mega. Dann der Event-Sticker gebe ich 9 Punkte. Den haben wir noch gar nicht angeschaut. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Dann Tempel der Piñata 9 Punkte. Die Piñata-Post gebe ich 9 Punkte. Piñata-Werfen 6 Punkte. Hat mir jetzt am wenigsten gefallen. Übeltäter gebe ich jedenfalls 6 Punkte. Und der Blinden-Piñata 9 Punkte. Wolkenreihe 10 mit Sternchen. Weil das ist echt heftig, was man dadurch bekommt. Nebenbelohnungen gebe ich 9 Punkte. Hat man Party-Tickets. Suzy-Superding. Alles mögliche Superfooder bekommen. Und dann kommt man auf ein Gesamtergebnis von 94 Punkten. Insgesamt gab es 110 Punkte. Und das ist dann eine gute 2. Mir hat das Event auch eigentlich Spaß gemacht. Einzige, was mich halt immer noch aufregt mit den Moos-Penny, dass man da so viel Geld investieren musste. Weil das Problem ist, man kann die Pflanzen nie vermehren, weil halt meistens keine Event-Pausen drin sind. Und dann ist der Markt so überteuert. Ja, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr dieses Geburtstagstevent fandet. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.